Bist du auch in der Situation, dass dir in Shadow of the Tomb Raider der Karta Mission von San Juan nur noch ein Überlebensversteck fehlt, dann ist es möglicherweise dasselbe, was mir gerade noch fehlt und ich zeige hier, wie man es bekommen kann. Und zwar reist ihr als erstes zum Basislager Verlassenes Kloster. Da bin ich jetzt schon mal. So, und dann brauchen wir als erstes eine Archivarkarte, die uns noch fehlt, damit uns das Überlebensversteck auf der Karte angezeigt wird. Die befindet sich hier. So, jetzt sehen wir das Überlebensversteck hier, das heißt wir reisen zum Basislager Flutbecken. Am Basislager Flutbecken angekommen, begeben wir uns zum Tümpel. Und müssen jetzt an dieser Stelle nach unten treten. So, und da ist das Überlebensversteck. 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 So, und da ist das Überlebensversteck.